GRV Smartwatch. Könnte sich diese moderne Fitnessuhr für dich lohnen oder nicht? Das will ich in diesem Video sehr gerne besprechen. Das Amazon-Angebot zur Smartwatch werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und die Leute sind regelrecht entzückt vom Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Smartwatch, denn preislich ist das schon ziemlich günstig für so eine moderne Fitnessuhr. Ja, das kann man schon so sagen. Wenn man sich den Markt anschaut, würde ich das auf jeden Fall als ein günstiges Exemplar bezeichnen. Ich meine, ob du das genauso siehst, ja, das kann, das soll wirklich jeder selbst entscheiden. Genau. Auf jeden Fall sieht sie teurer aus, als wie viel sie kostet, würde ich auf jeden Fall sagen. Das Wichtigste, jetzt vom praktischen Aspekt her, dieser Fitnessuhr, finde ich immer die Herzfrequenzmessung. Ich finde, das ist durchaus wichtig, wenn man da beim Training einen Blick drauf wirft. Der Schrittzähler ist auch cool und die ganzen anderen Funktionen, die es hier so gibt. Es gibt wirklich super viele Funktionen, die du hier verwenden kannst. Aber ich finde, vieles davon ist auch Spielerei. Ich finde vor allem die Herzfrequenzmessung nützlich, Schrittzähler vielleicht noch und der Style ist natürlich cool. Dann so klassische Sachen wie Uhranzeige, also Uhrzeitanzeige, ja. Aber wofür du die im Endeffekt verwendest, kannst du natürlich selbst am besten beurteilen. So, wir können uns gerne ein paar Produkteigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Über den Multisportmodus. Die Smartwatch verwendet hochpräzise Bewegungssensoren, optimiert Sportalgorithmen, kann ihre Aktivitätsdaten den ganzen Tag über genauer aufzeichnen und damit ihnen helfen, den Wert persönlicher Aktivitäten besser zu verstehen und Sport effizienter zu machen. Die Smartwatch überwacht und zeichnet automatisch 24 Stunden ihre Herzfrequenz und ihre Schlafdaten auf, synchronisiert sich mit der App, um das Herzfrequenzdiagramm und die Schlaftrends anzuzeigen und hilft ihnen, ihre Schlafqualität zu verbessern. Zusätzlich gibt es die Menstruationsüberwachungsfunktion, um Frauen zu helfen, die nächste Menstruation und den Zeitpunkt des Eisprungs vorherzusagen oder daran zu erinnern und sorgen so für eine bessere Versorgung. Was haben wir hier noch? Tiefgehende Optimierung der Akkuleistung. Der Akku mit großer Kapazität und intelligenter Stromverbrauchsalgorithmus. Akkukapazitätsnutzungsrate von bis zu 10 Tagen. Die sollen weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir alle selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Also ich muss schon sagen, für eine Smartwatch in diesem Preisbereich würde ich das als ein günstiges Angebot bezeichnen. Ob du das genauso siehst, ist natürlich deine Sache. Das Amazon-Angebot zur GRV Smartwatch verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.